Jetzt machen wir gerade ein Video. Jetzt kommt wieder ein Punkt, wo du was sagen musst. Hallo! Ich soll was sagen? Warum denn nicht? Ja, ich finde das ganz klasse hier. Die Gegend ist so schön, die Sonne scheint wunderbar. Und der tolle Bahnhof hier von Beutersen aus dem Mittelalter. Ja, richtig gut. Finde ich auch. Erste Sahne.